Wenn du dich für Wendingautomaten und Geldverdienen mit Snackautomaten interessierst, dann bleib dran. Es ist doch zum Haare raufen. Heute, ich weiß nicht, der Tag ist verhext. Ich bin jetzt gerade zu dem Vorstand von dem Verein gegangen und dann habe ich geschafft, seine private Wohnadresse herauszufinden über die Vereinsseite. Da war dann erstmal seine Frau, die hat gesagt, sie weiß nicht, wann er wiederkommt. Und dann wollte ich gerade losfahren, hatte ich gedacht, jetzt habe ich Glück. Dann spreche ich mit ihm und habe mich vorgestellt und gesagt, was ich vorhabe und so weiter. Aber er hat mich eigentlich im ersten Wort schon unterbrochen und gesagt, nein, das wollen wir nicht, das geht uns nichts für, das mögen wir nicht haben und so weiter. Und dann habe ich gedacht, so ein Scheißdreck. Also ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn er nicht will, dass da ein Automat steht und dass da, keine Ahnung, man kann ja seine Prinzipien haben und man hat vielleicht schon ein, zwei Anfragen gekriegt und so weiter. Aber es ist natürlich traurig, wenn das nicht funktioniert, weil die sagen, das wollen wir nicht und so weiter. Aber das ist halt jetzt mein Leben. Probieren, Standorte zu finden.